Willkommen zusammen zu einer neuen Folge des Wild-Farming-Projekts hier im Landwirtschafts- Summonator 17 zusammen mit dem Werner von den Burning Gamers, mit dem Sachsenetz-Player, mit dem Freezy, mit dem Guten und mit dem McManus. In der letzten Folge gab es ein bisschen Fachsimpelei über den Bartbau, aber wir sind immer noch nicht zu Randys Themenzettel gekommen. Wir haben jetzt gar nichts mehr. Bunker Silo ist fermentiert, okay. Oh, dann fahr ich jetzt, dann habe ich einen Job. Ich fahr hoch. Lass meinen Frontlader hier stehen, dann kann den sich jemand ausnehmen. Ja, dann nehme ich den. Haben wir schon was gekauft? Nein. Wasserfass, Gras, Mähwerke, Schwader. Also im Endeffekt alles bis auf die. Also die Geräte haben wir schon da? Ja, alles, ja. Also das ist jetzt das reine Geld, was wir für Schafe nehmen können? Ja. Okay. Das Wasser-Ding hast du auch schon gekauft. Du müsstest aber denken, Wasser kostet auch was, ne? Also nicht, dass du jetzt bis zum... Nee, nicht, wenn du das aus dem Fluss holst. Wasser ist kostenlos aus dem Fluss. Und Wasser zu oben kostet das Geld. Ich habe immer für teuer Geld gekauft, ja. Wenn du das Ding anst. Aber wir haben jetzt so... Ah, okay. Ja, wir haben auch keine Silo, äh, Silo sind auch da jetzt alle. Hoppala. Das ist richtig, weil ich habe jetzt hier das letzte bisschen... Hast du das noch mal umentschieden? Was? Ja, was ich... Ja, du... Ich hatte ja gefragt, wo du immer alles machst, sagst du, nee, nicht alles. Deswegen habe ich ja immer noch ein bisschen was rausgekommen. Ich habe jetzt... Ja, aber 6.000 Raps? Für was müssen die denn aufheben? Nur noch 6.000 Raps? No Graschen. Okay. Na gut dann. So, und deswegen habe ich jetzt mal den Rest da noch rausgekippten, jedenfalls gerade noch die letzte Gerste weg. Ähm... Wir müssen halt nur mal gucken... Wenn wir mal ganz kurz, ähm... Kann ich hier mit dem KCH keinen Frontlader? Ah, da muss eine Abwechung dabei sein. Musste gucken, ob die vorne dran ist. Ich glaube nicht. Wird das nicht jede Stunde aktualisiert, der Preis? Nee, das geht in Echtzeit. Also die können... Die können doch einfach mal... Also jede Ingame-Minute kann der switchen, ja. Das ist ja jetzt neu. Wobei, es kommt, glaube ich, auch auf einen Schwierigkeitsgrad an. Ich glaube, auf Mittel ist halt nicht ganz so schnell variabel wie auf schwer. Ach so, ja. Oder vielleicht ändert er sich nie wieder jede Stunde oder so. So... Na gut. Um aber mal die Fragen zu machen. Also hast du im Moment wieder Stress mit dem Haus. Ja, leider. Ist halt echt schwieriges. Problem ist, man will nichts vergessen und man weiß nicht, ob man etwas vergisst, ob man dann irgendetwas nicht denkt. Das ist das Problem. Weil du denkst nicht... Ich weiß nicht dran, da weiß doch auch nicht, ob du nicht dran denkst. Wohl wir eigentlich so beim Einziehen... Ja, Stromleitungen sind ja aber Steckdosen. Braucht man nicht. Aber Steckdosen ist einfach. Äh, kurze Frage. Geht jetzt gerade irgendjemand Schafe kaufen? Nee. Ich würde auch fast warten, bis wir noch mehr Geld haben und alle auf einmal kaufen. Dann lohnt es sich nämlich zu mieten und in einer Stunde einfach so viel ranzufahren, wie geht. Okay. Wie viel kosten Mieten? Äh, 2600. Also das heißt mindestens... Randy, hast du... Ähm... Dings nen Aufbau für den Frontlader dran? Ähm... Nö. Aber bitte nicht mehr Spulen, ich dünge gerade dort wechselt, dass die ganze Zeit viel wachsen im Stufen. So, aber ich wollte ja gucken, was hier... ...Randy wohnen. Aber wenn du sagen würdest, Steckdosen ist halt relativ einfach in jede Ecke zwei. Ja, am besten so viele wie möglich, ne, wenn man schon einmal dabei ist. Ja. Hast du denn nicht schon, äh, so einen Einzugstermin in Aussicht? Ja, dieses Jahr. Ah, okay. Also... Ja, wir haben noch Januar, hast ja noch ein paar Monate. Grüß, Steck! Weihnachten würd ich gerne im Häuschen verbringen, das wär cool, aber hm, keine Ahnung. Aber man muss ja dazu sagen, äh, wenn du umziehst, dann hast du es nicht weit, ne? Ja, 25 Meter. Ach, ist das direkt auf anderen Straßenseite, da wo du jetzt wohnst? Selbes Grundstück. Genau daneben. Okay. Ja. Na gut, das ist natürlich mega praktisch, dann kannst du mal eben darüber auf der Baustelle, ne? Ja, ne, klar, das ist auf jeden Fall. Hast du vorher weit von da weg gewohnt? Ne, 200 Meter. Achso. Mähwerk haben wir auch noch keins, oder? Doch. Eine kommende Zone hab ich schon gesehen. Ah, hier. Ich bin quasi 200 Meter weggezogen. Wo steht denn das? Wir sind immer noch relativ weit weg von der Arbeit, ne? Ich glaube, immer noch 50 pro Strecke. Das ist, äh, unten bei Freezy, wo Freezy State, glaube ich, da ist, äh, das Mähwerk. Das was? Das Mähwerk. Okay. Ja, ich bin dran. Ich warte, dass hier gut und fertig wird, damit wir spulen können und ich mähen kann. Ah, okay, okay. Wieso willst du gucken rein? Dann sagst du... So. Zum Bereich, äh, zum Bereich Trendy, was halt momentan so ist, wie gesagt, relativ wenig. Also, Platz 1 der deutschen YouTube Trends macht momentan dieses komische Überwachungsvideo von der polnischen Turnhalle, die unter den Schneemassen eingestürzt ist. Achso, das hab ich ja gar nicht gehört. Hab ich nicht mitbekommen. Ich auch nicht. 1,3 Millionen Klicks, ja, auf innerhalb von einem Tag. Gibt aber leider keinen Sinn. Eine gute Sensationsgeilheit der Menschheit ist halt unaufhörbar. Also, das ist, äh, das Problem ja bei gerade, also so Verkehrsunfällen und so weiter. Diese Staus, die da entstehen, passieren ja nur, weil die müssen ja unbedingt mit 5 kmh vorbeifahren, dass man auch alles ergaffen kann. Ja. Ganz kurz, äh, können wir schon anfangen zu, äh, zu ernten hier, die Sonnenblumen? Ja, ne? Was fertig ist, kann geerntet werden. Ist ja noch, wenn sie vertrocknet sind, ja. Ja. Also, was erntereif ist, weg machen. Ja. Aber die müssen halt so braun sein, so richtig braun. Ja, ja, sind sie, glaub ich. Ja. 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 Dann, ansonsten, warum wir unsere Videos gelöscht haben, äh, von... Rape Crime. ...dead-Aim-Crime, genau. Ja. Es ist aber auch nichts weltbewegendes, und sie haben halt einfach den Dead-Adam-Move gemacht, aber, ja, viel Erfolg. Ansonsten... Ich finde es sowas von grauenhaft, wie man so mega viel Zeit und Energie in eine Sache steckt, was eigentlich sein Lebensinhalt war über Jahre, und dann sagt, damit kann ich mich oder will ich mich nicht mehr identifizieren. Es ist doch egal, es gehört, es wird immer ein Lebensabschnitt sein. Ich sag dir ganz ehrlich, ich hätte einfach einen neuen Kanal gemacht, wenn sie was Neues machen wollen. Nein, sie wollen ja auch nicht, dass das noch jemand sieht. Das ist ja das. Das ist ja der Hintergrund. Das war ja auch der Hintergrund bei Taddle, dass es keiner mehr sieht. Also, ich fand sowieso nicht gut, ehrlich gesagt. Was fandst du's? Ich fand Elbe Crime wieso nicht so doll. Die waren ja damals eigentlich so... Ich hab nie geschaut, nie. ...nach White Hitty dann irgendwann groß gewesen. Da gab es mal so eine Welle, so eine Zeit, wo White Hitty so ziemlich jedes Video irgendwie mit Elbe Crime und damals... Ja, ja. Das war ja vorher halt, ey. Das war Mediakraft alles damals noch. Wow. Und White Hitty haben ja im Endeffekt die dann gepusht. Somit ist ja alles entstanden. Deswegen, aber ne, das war mir auch viel zu viel Dummes Rumgeschreie und sinnlöse Zerstörungswut. Ich hab's halt nie geschaut. Rendi, hast du grad nichts zu tun zufällig? Äh, ich warte eigentlich, dass du hier anfängst mit Ernten. Ja, kannst du mal kurz den Hänger abhängen und die Dünger-Dings hier rausholen? Weil ich krieg das nicht hin. Ich wollte es wegschieben, aber das macht's nicht besser. Ja. Der Wagen, hat irgendeiner Zeit mir ein Gewicht in die BGA? Klar, klassischer Anfängerfehler. Ey, ich mach das, wirklich. Warte da. Ist da jetzt ein dummer Trick, oder? Ich mach das wirklich gut. Habt ihr denn von der Geschichte mit Bibi und Kronk mitbekommen? Ja. Ja, ja. Ist auch ganz witzig. Aber ich find's einfach so, oh, es ist so ätzend. Warte, 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 jetzt. Das Problem ist halt, dass ich bis heute nicht verstanden habe, wow, auf dem Vorderrad angeslidet worden. Auf der Vorderachse. Dass ich bis heute nicht verstanden hab, warum die Frau so erfolgreich ist. Also mit was? Naja, komm, aber die hat halt im richtigen Moment das Richtige gemacht. Was denn? Ja, genau das ist es. Ja. Aber ich finde es nicht, wenn du dir aktuell die Zahlen von den beiden anguckst, die machen ja echt auf einmal so, Gronk macht ja das, keine Ahnung wie viel fache von seinen normalen Abonnenten am Tag und Bibi einfach fast gar nichts oder Minus. Naja, durch diese Community-Aktion halt. Das ist ja eigentlich auch der Grund gewesen, warum sich Gronk jetzt dazu geäußert hat. Weil es gab ja eine Community-Aktion, die hieß, deabonniert Bibi und abonniert Gronk. Aber überlegt mal, das ist ja nicht jetzt irgendein YouTuber gewesen, der das gesagt hat, sondern es kam ja aus der Community mehr oder weniger raus. Richtig. die an sich. Die einzelnen Leute haben ja nicht die Reichweite, wie wenn Gronk jetzt ein Video machen würde. Bitte abonniert mich. Ihr könnt auch was gefallen. Also es ist halt, wie gesagt, also daran siehst du halt, also ich finde es schade, dass die kann, also Platz 1 ist ja Gronk sowieso nicht mehr, aber dass er jetzt von Bibi's Beauty-Dingsbums abgelöst wird, finde ich echt schade. Ich hätte wohl auch mit deabonniert, aber ich hatte so gar nicht abonniert. Ich finde das, es ist halt, es ist halt eine Entwicklung und die kann man nicht aufhalten, so muss man auch einfach mal irgendwie... Also wenn das die Entwicklung ist, na dann gute Nacht. Frage ich mich, wer meine Rente mal verdient. So dumm wie es klingt, Ansgar, aber ganz ehrlich, wer so ein Content noch feiert, also mit, wie heißt der, Chuyenko? Ja, ja. Chuyenko ist ein Freund. Das war ein Welsner-Gronks-Video, der hat ja gemeint, zumindest hat sie noch kein 1000-Grad-Video gemacht, mit dem Messer, aber Chuyenko ja mit, ja. Also wer das feiert, also und wenn das Next Generation ist, ja, Gesundheit. Also, weil da geht es ja so offensichtlich um nichts anderes wie Geld, also offensichtlicher geht es ja gar nicht mehr, dass alles gemacht wird für Geld. Das ist halt, keine Ahnung, also ist vielleicht auch nur meine Meinung, aber das ist mir, also da nehme ich auch kein Blatt vom Mund. Aber wisst ihr, wer da relativ, sagen wir mal, dem das eigentlich scheißegal ist, wenn man das so sagen kann, der sagt das auch, dass es um Geld geht. Das ist, a wife, glaube ich, heißt der, ne? Da gab es doch diese, diese Geschichte mit dem, mit dem 10-Minuten-Video, das den letzten 2 Minuten so gestreckt war. Ja, ja, nur wegen der Werbung. Genau, der hat jetzt ein Video rausgehauen, warum er das gemacht hat und er hat gesagt, wegen der Kohle. Er hat das einfach so gesagt, wegen der Kohle. Von dem kommt ja auch der Hashtag oder der Spruch, Geld ist Geld. Ja. Das war ja damals bis gar nicht wieder. Eischlippel, der hat damals ein Product Placement gemacht über Suck It, das hier dann gewichtet der Herr. Das Eis mit, äh... Ja, genau, dieses Alkoholeis, weil er damals ein Placement darüber gemacht hat und das war ja damals auch so ein übelster Skandal, wegen seiner Minecraft-Community. Mit Kinder, ne? Und da hat er halt den, 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 den Satz, da hat er halt den Satz gedroppt, Geld ist Geld. Der Geld stinkt nicht, ne? Der Geld stinkt nicht, ne? Ja, ich frag mich die ganze Zeit, warum der nicht erntet. Wow. Ja, das war jetzt nur ne Sekunde, das kostet ja kaum was. Aber, äh, wieso erntet der nicht? Was, was mach ich falsch? Ich hab schon lange nicht mehr geerntet. Äh, Schneidwerk senken und anscheiden. Ja, das hab ich gemacht. So, lieber Megan. Oder ist das noch nicht fertig? Die ist bald auch fertig. Jetzt hast du zwei, Manus. Warte mal, wir waren jetzt grade da. Randy. Ich wurde... Oh, das hab ich gar nicht registriert. Ey, du hast doch Danke gesagt. Ja, aber ich hab gar nicht gelesen. Ich hab jetzt einfach so total stupfsinnig geglaubt, dass es Füsi war. Lol. Äh, Randy war grad da. Danke Füsi. Dann nimm ich's wieder mit. Ey, ohne Scheiß. Ich hab jetzt hier keinen Traktor gefahren mit dem Gewicht. Da hab ich mich gefreut. Ich hab's sogar angesagt. Ich sagte, ich mach das wirklich. Ich bin unterwegs. Ja, deswegen hab ich jetzt total stumpfsinnig daran... Also einfach gedacht, dass du das warst. Ohne den Namen registriert zu haben. Wow. Randy, das sag doch wenigstens. Aber haben wir noch einen Frontlader? Weil dann können wir ja auch zu dritt schauen. Das war jetzt auch noch spontan. Weil er hatte gesagt, es ist ne Weile nichts passiert. Da hab ich gedacht, gut, dann bring ich's halt. Bevor er wieder ohne da hängt. So, Werner. Moment. Ey, Quatsch. Was war das für ne dämliche Erklärung? Füsi hat er gesagt, da bringt's. Das ist richtig. Aber du hattest immer noch keins. Äh. Das stimmt. Brandy war's erstes dann, ne? Also... Ja, wer hat's erst vorbei zuerst stellen, wenn wir schon bei den krassen Hashtags heute sind hier. Geld ist Geld. Geld ist Geld, ey. Wer hat's erst vorbei zuerst. Bitches. Erntereif. Das ist aber... Ja, deswegen bin ich ja so erstaunt. Irgendwas hab ich falsch gemacht. Nur weil... Ich weiß nicht was. Du hast jetzt aber nicht das kaputt gemacht, oder? Hast du ja noch das richtige Schneidwerk drauf gesagt. Ich hab alles abgefackelt. Alles abgebrannt. Du hast ohne Scheiß jetzt ja das kaputt gemacht? Boah. Server-Schrott. Wegen Ansgar. Boah. Alles hin. Jetzt. Der synchronisiert extrem schnell. Ah, okay, okay. Weil ich hab mich die ganze Zeit gewundert, warum das... Dann ist das hier am Anfang gleich. Das kann sein, wenn der Drescher, bevor es noch nicht an der Reihe war, davor stande, dass die ab anfangs da vorne irgendwie nicht gehen. Dann ein gutes Team Werner. Bucky. Bucky Scheiße da. Läuft gut hier. Was mich wundert ist, lag noch niemand an der Seite heute. Das ist ohne Gewicht. Ja und sonst, was aber auch noch sehr interessant ist, das ist... Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Platz fünf der deutschen YouTube-Trends, das ist RP. Das ist glaube ich der Rheinische Presse, wenn mich nicht alles täuscht. RP-Online. Und... RP-Online? Nee, das ist die Rheinische Post. Ach, der Rheinische Post. Alles klar. Und... Die haben... Die haben ein Video hochgeladen. Glattbäcker filmt hohen Wellengang auf der AIDA. 55-Sekunden-Video. Wo wirklich nur ein Passagier auf dem Deck... ...den Swimming Pool, der da drinne ist. Oder den Pool da drinne filmt, wie das Wasser dort links und rechts halt in den Erschwapp. Oh, das wollte ich mir auch angucken. Das interessiert mich auch. Weil der Rheingang ist. Das Krasse ist, wirklich Platz... Also YouTube-Trends ganz weit um. 34.000 Aufrufe. Äh... 3 Likes. 18 Dislikes. Hä? Okay. Aber da erzähl mir mal, wie trennt ihr das? Das kann sich keiner erklären. Sind immer wieder... Also seit dem YouTube, das ich mal so kurz gedacht hab, wir machen... Wir stellen mal kurz was Unsinn. Manchmal richtig... Komische... Aber da ist ja keine Interaktion drauf und nix. Und 33.000 Klicks sind jetzt auch nicht... Also das Überkrasse. Und äh... Warum trennt ihr das auf 5? Das ist ja hart. Das muss man nicht bestimmen. Oder ist es eher für dich so auf Platz 5? Nee, weil die YouTube-Trends sind... Die YouTube-Trends sind nicht gleich. Ja, pff... Versteh ich aber trotzdem nicht. Weil wenn ja was trendet, muss es ja eigentlich... Aber das haben wir ja letztens erst gesehen, dass bei mir... Nein, sind die nicht gleich? Ich dachte, die sind gleich. Nein, 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 nein. Also bei mir war da was anderes... Also... Nicht alles, also... Aber 1, 2 Sachen waren dabei, die anders waren bei mir. Wie bei Randy. Okay. War fast gleich, aber es waren 2 Videos anders bei mir. In den Trends. Und das ganz oben in den Trends. Also in den Top 10. Aber immerhin, das muss man ja zugute lassen, da kann Freezy aufatmen. Immerhin noch Platz 10. Ein dummer Zuschauer von MontanaBlack. Boah, MontanaBlack, der liefert schadhafte Ware aus, habe ich gesehen. Das muss ein großes Skandal sein. Das habe ich auch gesehen auf einem Kanal namens Freezy. Was? Aber nächste Folge können wir darüber gerne noch reden. Wir sind nämlich erst mal fertig, meine Freunde. Okay. Dann war es das von Wildfarming für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Mein Kaun.